hallo mein lieben herzlich willkommen hier wieder auf meinem kanal ich bin es euer blacky und heute geht es darum in first essenden wie man seinen charakter richtig resettet da gibt es das ein oder andere irrtum in der community auch ich bin in den letzten streams immer darauf hingewiesen worden dass es dort klärungsbedarf gibt oder dass die leute hilfe brauchen bei der erklärung wie das am besten funktioniert hier zeige ich es in diesem video wie ihr das am besten machen könnt auch mit einer kleinen erklärung wieso weshalb warum wir das machen müssen so gehen wir in das game rein ein moment es ist kurz dunkel und es werde licht hoffentlich da ist es so und hier haben wir erst einmal die bunny die bunny habe ich schon zweimal resettet das kann ich euch auch einmal ganz kurz zeigen und zwar hier unten rechts seht ihr dass die bunny zweimal von mir resettet worden ist da kriegt ihr halt unten rechts bei der auswahl ein kleines symbol mit einem viereck mit sternchen drum und die zahl zwei das heißt ihr habt schon zweimal gemacht in dem fall habe ich es zweimal gemacht so jetzt gehen wir aber zur erklärung genau also erst einmal warum muss man überhaupt die bunny beziehungsweise euren hauptcharakter resetten da nochmal der erste hinweis es sollte der charakter sein mit dem ihr am meisten spielt also euer main charakter und nicht die anderen charaktere die ihr auch freigeschaltet oder zugekauft habt hat eine einfache erklärung es ist sehr teuer dies zu machen beziehungsweise ihr braucht dafür ein modul den man sich auch selber herstellen kann aber die ressourcen sind rar und man muss halt dafür viel in den grind gehen beziehungsweise ihr müsst dafür einige an online stunden opfern und deswegen lieber punktuell aussuchen den main charakter erst einmal resetten ihr könnt später wenn ihr im thema seid wie das am besten funktioniert und einen gewissen flow habt könnt ihr natürlich auch die anderen charaktere oder protagonisten ja resetten so unten rechts ja habt ihr nachfahren module da drauf klickt ihr bitte und dann sind wir in diesem menü wo wir die ganzen karten haben ja also ihr seht es ich habe hier schon das ein oder andere drin und weiter unten habt ihr halt eure karten die ihr eventuell auch nutzen möchtet wenn ihr irgendwas experimentelles versuchen wollt etc etc eine erklärung wie ich meine bunny gebaut habe und wieso ich sie so gebaut habe kommt auch noch in einem separaten video da gehen wir jetzt nicht drauf ein heute geht es nur darum wie ich resettet habe so und dann geht ihr hier auf modul zusatz einstellungen das ist hier rechts sieht man da wo die maus ist drauf klicken bitte und dann habt ihr modul sockel typ zuweisen und jetzt bevor ich das aber jetzt mache müsst ihr jetzt erst einmal im klaren sein welche karte eigentlich diesen reset bonus bekommen soll denn das ist eine symbiose reset bedeutet nicht nur dass ihr den charakter von 40 auf von stufe 40 wieder auf stufe 1 macht sondern ihr macht es folgendermaßen ihr sucht euch eine karte aus wo oben diese zahl am höchsten ist das würde ich jetzt so persönlich machen habe ich auch gemacht in dem in diesem fall wäre es jetzt der mp beschleuniger die zahl 10 und dann müsste auch diese symbol vor der 10 euch merken das ist so ein strich mit einem nebenstrich ja so anders kann ich das nicht erklären und es ist der zweite slot ja wir wissen jetzt welche karate wir resetten wollen und in welchem slot die ist also gehen wir jetzt wieder dorthin modul sockel typ zuweisen so jetzt sehen wir das also wir haben ja gesagt der zweite slot von oben also linke seite und das symbol wäre das hier bam so jetzt könnte ich rein theoretisch das auch vollziehen ich mache mal meine kamera wieder an jetzt könnt ihr mich wieder sehen jetzt könnt ihr das auch vollziehen hier ist nämlich das was viele so ein bisschen auch zurückschreckt das zu machen erstens dauert sieben stunden und 30 minuten das herzustellen und zweitens dieses mischenergie überreste ist sehr schwer zu farmen da machen wir auch noch mal ein separates video wie ihr am besten das farmen könnt da gibt es dann auch ein tipps und tricks video äh exklusiv ähm ja und deswegen solltet ihr euch erstmal im klaren sein welcher charakter das machen soll für euch und mit wem ihr am meisten spielt und spaß habt ja also hier könnte ich jetzt drauf drücken und dann hätte ich wieder ein reset gemacht so noch einmal ganz wichtige erklärung oben ihr müsst wissen welchen kartenslot ihr machen wollt ähm äh den modul sockel typ wählen ja das habe ich dann auch gemacht und es sollte die höchstmögliche punktzahl auf der karte sein die ihr resetten wollt denn dann ihr halbiert jetzt äh die karte äh auf die hälfte der punkte zahlt das heißt meine karte war jetzt 10 punkte und nach dem reset hätte sie dann wieder 5 punkte das hat den hintergrund dann kann ich natürlich die karten noch weiter nach oben pushen oder andere karten teurere karten von der punkte zahl äh integrieren in mein bild etc. etc. also ihr werdet dann halt dadurch stärker ja natürlich müsst ihr wieder in die arbeit rein den charakter wieder neu zu leveln aber das ist eigentlich kein problem äh ich kann euch gerne ja auch mal zeigen wo ihr am besten leveln könnt den charakter ohne irgendein exploit ohne mit einer band gefaut oder so das ist safe ja gehen wir mal raus so und zwar könnt ihr hier auf der karte könnt ihr euch aussuchen äh wo ihr das alles machen wollt ich gehe immer hier unfruchtbares land ihr könnt aber auch woanders hingehen und euch mal austesten es gibt halt Wellen wo die ganzen NPCs kommen und ihr müsst sie halt im Team so schnell wie möglich erledigen und das gibt natürlich dann in erster Linie sehr viel XP aber auch ein bisschen Material dies das und ihr kriegt dann am Ende eine Belohnung die dann auch wichtig ist wenn man zum Beispiel Bosse farmen möchte äh da gibt es auch eine Ressource die ihr dann am Ende wenn ihr den Boss geklärt habt ähm nutzen könnt um äh einen gewissen Lootpool zu öffnen ja so das dazu so meine Lieben wenn ihr noch irgendwelche Fragen Anregungen habt dann ab in die Kommentare ich hoffe ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen Licht ins Dunkel bringen wie ihr das am besten managt es kommen jetzt in den nächsten Tagen auch viele Videos von mir denn ich bin offiziell im Sommerurlaub mit meinem Kind es gibt kein Twitch Video äh die erste Woche ist er hier dann ist er drei Wochen wieder weg mit der Mama und dann ist er die letzten zwei Wochen der Sommerferien wieder bei mir das heißt jetzt die erste Woche werde ich mich mehr um YouTube kümmern weniger um den Livestream und äh ja ich würde mich aber trotzdem freuen wenn ihr bei mir vorbeischaut auf Twitch gibt es immer bei mir auf meinem Kanal Tipps und Tricks beziehungsweise auch wir machen ab und zu auch mal aktive Hilfe für die Leute die mit den Bossen nicht klarkommen dann gehen wir mal kurz rein räumen da auf dann könnt ihr weiter in der Story ähm ja durcharbeiten jetzt noch ein kleiner Hinweis wir haben auch einen schönen Discord kommt da drauf ihr kriegt da einen netten Support ihr könnt mit Menschen zusammenspielen etc. etc. und ich würde mich persönlich freuen wenn ihr auch auf meinem Discord werdet so das wäre es von meiner Seite aus ich verabschiede mich und wünsche euch einen schönen Sommer Peace 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 Vielen Dank.